Die polnische nationalmannschaft also die 20 nationalmannschaft von polen gewinnt gegen die nationalmannschaft von tahiti natürlich auch die u20 in der u20 wm Es ist ein 5 0 gewesen also krasses ergebnis war eindeutig 28 zu 7 schüsse 12 1 tor schüsse war besitzt 63 37 also eindeutig Polen ist damit aktuell zweiter in der gruppe und wäre aktuell weitergekommen Ich bin für polen denn ich habe polnische verwandtschaft und deswegen Sympathie ich zu polen für die fragen wie sieht es mit deutschland aus deutschland ist nicht dabei Es sind aktuell die beiden gruppen ersten in gruppe a singe gado polen gruppe b italien japan gruppe c neuseeland Uruguay gruppe d nigeria ukraine gruppe frankreich mali und gruppe argentinien portugal nur dass es ist Polen gönne ich euch und ich werde euch auf dem laufenden halten